Oh, da muss ich jetzt mal kurz erstmal hier nachladen. Was habe ich nochmal gesagt? Ich brauche 50 Fire Magic. Also beim nächsten Level ab, wenn wir das schaffen sollten. So, Party Heal. Da ist Nummer 2. So, du bist auch weg. Eigentlich sollte ich mal rasten oder so. Oder einfach Restoration Potions surfen. Jo. So. Kann ich sehen, wie viele Ladungen. Zwei Schuss hat das Ding noch. Jetzt hat es seine vollen 10 Schuss wieder. Oder 9. Gut. Gut. das hat jetzt grad saumäßig viel schaden gemacht nein den kann ich leider nicht jetzt extinguischen na komm ich muss wirklich mal wenn wir hier aus ektras hier raus sind auch wenn es name ist werde ich mal das ganze mystery ohr was ich habe zu solchen skill teilen machen und gerade mal sie skillen wir haben nämlich vier mystery ohr das sind acht punkte von den elf die sie noch braucht da braucht sie nur noch ein level ab ob wir das kriegen ist fragwürdig wobei wir haben ja immer noch den danschen vor uns ja du jetzt sehe ich hartnäckig ich hätte sie von anfang an auf dolche gehen lassen sollen das wäre einfacher gewesen es gibt zwar gute fernkampfverschen aber ja naja es geht ja wie gesagt jetzt sind wir hier hier unten waren wir halt noch nicht und hier drin waren wir auch noch nicht weil da müssten wir irgendwo da runterfallen ja und hier runterfallen bringt nix weil da landen wir hier wenn ich hier runterfallen würde ich bin auch allein schon wegen diesem gehörsturz froh wenn wir endlich mal durch sind durch das spiel eins von den guten heilkräuter wir haben viel zu viele kräuter eigentlich das ist nur eine todesfalle ok ach gott zwei von der sorte wow wir sind überladen wow wir stecken in der falle wow wir sind überladen die das war heftig Ah ja, das erklärt die ganzen Ausgänge. Ja, wie gesagt, da sind wir noch nicht drin gewesen. Weil hier oben waren wir auch noch nicht drin und da drüben waren wir noch nicht drin. Ich wette, die... Hier eine von den Falltüren können wir sicher öffnen. Um da rein zu fallen. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Ja, das müssten von diesen hier welche sein. Von den dreien müsste ich eine aufkriegen. Jetzt aber erstmal wieder zurück hier hoch. Genau, stirb einfach. Der Schuss ging daneben. Danke. Okay. Die halten halt auch gut was auf. Ja. Ich meine, ich schieße da dreimal drauf und das Vieh lebt immer noch. So, das war das Gebiet. Noch eine hiervon und dann sind wir immer auch überladen. Was ist du überladen? Was bist du überladen? Die wiegen nichts, du wiegst ein Kilo. So. Hm. Hm? Hm? Ja. Okay. Okay. Na gut, ich hätte eine Idee, wie ich ganz schnell Platz machen könnte und mehr Gewicht habe. Ich könnte einfach mal kurz in die Elderlands reinjumpen. Hier oben ist alles clean. Denke ich einfach mal. Ganz ruhig, dass hier alles clean ist. Also wir können nur in die Richtung abhauen. Hier will ich nicht lang. Ich will hier lang. Das ist die Treppe hier. Ja, wenn ich da runterfalle, dann hätte ich da drüben. Gut, brauche ich nicht. Hier lande ich hier irgendwo. Ich will eine von diesen Fallgruben hier. Das hat mir jetzt auch nicht viel Ahr gebracht. Das hat mir jetzt auch nicht wirklich was gemacht. Ja, das war das hier unten, gell? Irgendwas in der Richtung. Ja, entweder die oder eine von den beiden. hier ist auch jetzt alles zu... Oh, ein secret. Oh, ein... What the hell is that? Small round fire-based ammunition? Ah, der verschießt mal Steine. Auch nicht schlecht. Darkforge-X. Ja, Munition. Okay. Mir bleibt nur nicht viel anderes übrig. Viel anderes übrig. Als hier Zeug loszuwerden. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Vielen Dank.